Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tropico 5 mit dem AS Ryder. Hallo und recht herzlich willkommen und die andere Stimme ist der Balder Sein. Genau, von mir auch ein herzliches Willkommen. So, ich würde sagen, wir machen gleich mal Start. Und irgendwo waren bei mir gerade eben Bürgerts unzufrieden, habe ich noch gesehen. Ach so, der Vulkan bricht jetzt bei mir aus. Jetzt bricht er aus, ist das deiner, okay. Ja, und das ist ganz schön heftig. Ja, sah auf dem Bild so ein bisschen aus. Ich habe noch nicht so viel gesehen, das deiner, okay. Finde ich okay so, dass das bei dir ist. Oh, aber so weit ist der gar nicht weg, sehe ich gerade, weil hier fliegen schon so ein paar Sachen zu mir rüber. Ja, also bei mir sind zwei Volltreffer ins Haus. Und zwar nicht gerade die günstigsten Gebäude, nämlich zwei Holzfällerlacher sind da getroffen worden. Okay. Und der Rest geht bis jetzt ein bisschen außen rum um meine Stadt, aber... Okay. Ich muss auf jeden Fall noch irgendwas bei einer Bevölkerung an der Zufriedenheit tun, weil irgendwie sind die total unzufrieden hier. Ja, das liegt wahrscheinlich auch an dem Vulkanausbruch, ne? Nee, das war vorher auch schon so. War vorher auch schon so, okay. Und dann mach mal. Ich gebe der Vulkan Ruhe, Präsident. Er schläft wieder tief und fest wie zuvor. Ja, super. Die Achsenmächte brauchen Stahl nötiger als alles andere. Zwei Gebäude sind in Flammen aufgegangen. Jetzt kommt hier noch so ein Handelsangebot rein, ey. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Bahnen zu beeinflussen. Streng genommen nicht ganz legal, aber ich... Ah, ich mach mal die Wahl so. Gut, dann wollen wir nochmal was verbessern. Aber wo der Vulkan dabei, gibt's hier eigentlich ne Feuerwehr auch? Ähm, nee, ich glaub nicht. Wollen wir jetzt nicht bewusst. Weil das wär ja so ne Geschichte gewesen, wo ich jetzt gesagt hab, wenn so ein Vulkan da Feuer legt... Ich glaub, da gehen die selber zum Löschen oder irgendwie. Okay. Religion wollen sie haben. Was haben wir denn da? Eine Kirche können wir bauen. Irgendwas war gejubelt gerade. Ich glaube, ich hab die Wahl gewonnen. Das ist immer gut. So, dann bauen wir denen noch ne Kirche. Geld haben wir jetzt erst nur da. Und da oben... ... muss ich noch was anderes bauen. Okay, ich bleib mal noch da, ne? Ich hab die Wahl nämlich mit 56% gewonnen. Wir konnten einfach keine Entdeckungen machen. Also beschlossen wir, die größten Errungenschaften der Franzosen zu stellen. Dummerweise brachen wir daraufhin in ihr Museum für Militärgeschichte ein. Und brachten nur diese weiße Flagge mit. Die können wir... ... ein Gruß an die Polizei von Tropicow, die in ein neues Gebäude umgezogen ist. Kommissar Mendes. Sie wissen, dass Sie jederzeit eine Leibesvisitation bei mir vornehmen können. Außerdem haben Sie Ihre Handschellen vergessen. Ich behalte Sie gern als Andenken, aber falls Sie sie brauchen sollten, kann ich auch Ihre Mütze nehmen. Muss man die Manager von Hand einstellen? Kann das sein? Ja. Da musst du... Normalerweise kannst du dir was aussuchen. Ja. Was für eine Ausprägung du haben willst. Und je nachdem, was es halt für einer ist, ist er entweder besser für die Arbeitsmoral oder irgendwelche anderen Geschichten. Musst du mal gucken. Ja. Na, da muss ich jetzt mal überlegen, was ich da machen muss. Ich glaube, ich nehme den. Dann gibt es das da doch auch wahrscheinlich bei der Mine, ne? Ja, super. Okay. Okay. So. So. So, dann. Na ja, da bin ich mal gespannt, was das hier so wird. Der Palastware-Manager? Kaum zu glauben. Der Hofnar wahrscheinlich. Oh, ich muss noch irgendwas bauen. Mensch, was wollte ich denn? Farmen. Ich habe einen schlechten Standort hier für Farmen. Wir sollen mal gerade nach einer Schule gucken, wie die aussieht. Was habe ich denn da für welche? Da wird wohl mehr verlangt. Ah, ne, die habe ich ja schon. Zufriedenheit kriege ich nicht in den Griff. Die sind immer noch bei Religion bei zwölf. Okay. Irgendwie wollen die auch im Moment auch nicht bauen. Ich habe, glaube ich, dasselbe Problem wie du gerade eben. Da steht irgendwie alles. Ich habe zu viel angefangen. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, das ist das mit dem zu viel angefangen. Die machen erst ein Gebäude, ziehen die hoch und dann das nächste. Kam mir auf jeden Fall so vor. Das kann gut möglich sein. Ich habe jetzt mal auf die Kirche mal Priorität hochgesetzt. Und ich gehe von aus, umso größer das Gebäudesystem, umso mehr bindet das auch der Bauarbeiter. Vielleicht macht es dann irgendwann Sinn, auch ein zweites Baubüro zu machen. Zweites Baubüro. Mache ich irgendwas Falsches aus? Ich verstehe es nicht. Ich mache dann Manager und wenn ich wieder draufgehe, ist da keiner. Da passt doch was nicht. Also bei mir geht es eigentlich bis jetzt. Ich drücke dann auf den Typen und dann auf Einstellen, oder? Ja. Und dann müsste das doch eigentlich so sein. Oder haben die schon die Insel in der Zeit wieder verlassen, wenn ich das nächste Mal draufklicke? Naja, kann man nicht vorstellen. Herr Präsident, mir liegen Informationen vor, dass ein Weltkrieg bevorsteht. Wir müssen... Ach, jetzt wollen ja noch mal zwei Kasernen haben, du glaubst es nicht. Ein Weltkrieg steht mir vor, hast du das auch gekriegt? Ähm, ja, ich bekomme ständig schon Meldungen, dass die französische Resistanz da irgendwie Lebensmittel braucht und ich möchte mehr Farmen haben, damit wir denen irgendwelche Lebensmittel zukommen lassen können und all so Zeug. Okay. Ja, haben wir Regenzulauf mit Bürgern. Wie sehen denn die Wellblechhütten aus? Mal gucken, ne? Ja, ich hab da auch ein kleines Wellblechhüttenproblem. Ich hab jetzt, glaub ich, auch schon... ...ne Mietskassane, genau, eine Mietskassane hab ich schon mal angefangen. Naja, aber eigentlich... ...hab ich da recht wenig. Da kann ich ja richtig froh sein, ne? Jo. So, und dann müssen wir mal eine Straße hinziehen. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ja, wir hoffen, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. So, Kirche ist schon mal fertig. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müsst ihr eigentlich, wenn der bis Licht ist, gleich rapide nach oben gehen, in Zufriedenheit. Bei zwölf bin ich noch im Moment. So. Okay. 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 So, dann sollte die Aufgabe gleich auch erledigt sein. Na, so richtig fruchten du das aber nicht mit der Kirche. Komm, das hier. Und fertig. Guck mal, wie das wird. Was ist denn mit der Kirche? Ach so, wegen religiöser Zufriedenheit. Ja, aber die Zufriedenheit. Aber so richtig funktioniert so nicht. Ich bin mal gespannt. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen. Sind das Prozent, die dahinter stehen, oder was? Ich glaube schon, das soll ein Prozent sein. Okay. 34 Religionen habe ich da. Echt? Ja. Hast du schon eine Kirche, oder was? Ja, habe ich schon gebaut. Ach so. Ja, ich habe doch geheiratet. Hast du es nicht mitgekriegt? Da braucht die doch eine Kirche. Ich glaube, sonst hätte ich so ein uneheliches Kind gehabt. Was wollte ich jetzt? Dann lässt es gut gehen in deinem kleinen Paradies. Ja, klar. Es muss so sein. Wenn ich das nicht machen würde, weißt du, dann... Erstmal musst du dir die Bürger zufriedenstellen, wenn du mit der Rubel rollst. Dann kannst du dir die Panzer kaufen. So, ich glaube, ich brauche noch mal so ein Holzfällerlager. Ich habe irgendwie zu wenig Holz, glaube ich. Geht das hier auch wohin? Jo. So. Dieses nächste Lied ist meinem Ex Reggie gewidmet, der mich verließ, weil er zur Armee ging. Denn dort wurde er, ich zitiere, besser behandelt. Siegen Lama, so wie sie waren, zwei andere Farben, hat er gesagt. Ich bin bei Siegen Lama, Schweine. Also, ich habe keine Staatsschulden mehr übrigens. Ähm, ich habe, glaube ich, auch keine mehr. Ich habe die vorhin aufgelöst, beziehungsweise zurückgezahlt. Ich habe die vorhin aufgelöst, beziehungsweise zurückgezahlt. Ich habe die vorhin aufgelöst, beziehungsweise zurückgezahlt. Nee, so viel Geld habe ich nicht. Das kann ich gerade alle nicht machen. Aha, jetzt ist ja Religion hochgegangen. Jetzt bin ich schon mal auf 38. Was ich jetzt noch brauche, ist ein Krankenhaus. Und Unterhaltung. Unterhaltung? Ich habe doch eine Opernhaus habe ich. Das ist cool, das mache ich mal. Na, machen wir einmal. Karneval machen wir erstmal. Das hörte sich gut an. Soll mal Spaß haben. Obwohl die Kriminalität steigt auch, war ja klar, ne? Muss ja immer ein Gegenstück haben. Wo finde ich denn jetzt meine Gebäude? Ah, da ist es ja schon. Schüler Studenten 11. Von 11, das ist gut. Abschlusse gab es 12, dann wächst das wohl. Aha. Okay, dann wollen wir das doch mal gleich bauen, wenn wir das freigeschaltet haben. Ich habe einen Haufen Obdachlose, sehe ich gerade. 12 Stück. 12 Familien oder so. Da müssen wir irgendwo noch eine Schuhe, beziehungsweise ein größeres Wohnhaus hinzimmern. Okay. Mietskasse. Schaut es nach unten, was gibt es da? Hütten? Das ist aber nichts gescheites. Bauen wir da unten rein. Ah, da ist noch eine Hütte, da müssen wir vielleicht noch ein paar Häuser bauen, ne? Unterhaltung, was haben wir denn da? Jo, das machen wir jetzt. Gut, wird auch gebaut, auch schön. Oh, meine Stimmung ist gerade nicht gut, sehe ich. Da muss man was tun. Herr Präsident, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Ich brauche Geld. Ach so, jetzt muss ich einen töten hier, oder was? Hm? Was hast du schon getötet? Feuer und Schwefel steht hier. Einen Attentäter entsenden, von ihm an anderen umbringen lassen. Super. 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 Ah, von jemand anders machen? Naja, dann machen wir das mal. Gucken, was dabei rumkommt, ne? So, das machen wir auch. Dann sind die alle glücklich, glaube ich. Wer weiß, wie lange ich noch im Spiel bin. Gleich bin ich auch umgebracht. Und überall sind noch irgendwelche Symbole über meinen Werken und ich weiß nicht, warum. Und es sind immer diese Manager. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Keine Ahnung, was das ist. Hm. Aber es wird ja doch normalerweise angezeigt, wenn er dir genommen wird. Also, wenn ich auf Manager einstellen gegangen bin, dann wird er angezeigt Manager und dann steht dann hinten drin, was es für einer ist. Ja, ich mache das da. Erstmal steht da keiner. Dann stelle ich den ein. Ja. Und dann steht da Erfinder. Ja. So, und wenn ich jetzt da rausgegangen bin und jetzt klicke ich das nochmal an, dann ist der Erfinder noch da. Aber nach einer gewissen Zeit sind die wohl wieder weg, oder was? Hm. Das verstehe ich nicht. Haben die keinen Bock und verlassen das Land, oder was? Das weiß ich jetzt nicht. Pro, was für Missstände. Ich hau lieber ab. Na, ich glaube, da muss ich mir mal irgendein anderes Let's Play angucken, um das zu verstehen. Ja. Oh, da sind ganz viele Hütten, sehe ich gerade. Da müssen wir aber noch ein paar Häuser bauen. Die verstecken sich überall, die lieben Herrschaften. Jetzt wollen sie noch die religiöse Zufriedenheit erhöht haben. Das gibt es doch gar nicht, ey. Das sind aber auch immer Schwierigkeiten. Ja, also das ist echt ein Traum. So, wo sind die Häuschen denn noch, um Häuschen bauen? Die Villa geht nicht, doof. Na, komm, ein bisschen weiter, so. Die muss ja auf der anderen Seite, müssen die ja auch gehen, ne, oder? Klar, dann gehen die Bellblöchütten ja sogar weg, ne, wenn man die da hinbaut. Ne. Ach, lassen wir erst genug sein. So, Zufriedenheit sind gerade in der Waage, das ist nicht gut, Geld ist ein bisschen knapp. Und die Zeit ist auch schon wieder rum, so ein Shit. Ja. Ja, 20 Minuten haben wir schon wieder voll. Okay. Ich glaube, dann sollten wir mal abspeichern. Moment, ich muss jetzt gerade noch was lesen. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Alle. Warum hab ich denn die Bootschaft? Dann speicher ich. Gut gemacht, mein Freund. Besser wir gehen diesen Schluss aus dem Weg, die sich alliierte Diplomaten haben. Was denn? Ich muss gerade hier noch einen Satten mehr was anhören, beziehungsweise auswählen. Dann sag Bescheid, wenn du so weit bist. Ja, aber er speichert danach, wo ich ausgewählt habe. Er speichert jetzt, glaube ich. Ja. War das schon gedrückt, ne? Ja, genau. Hat er erst abgewartet. Ja. Gut, dann können wir hier auf Pause gehen. Und dann schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.